hallo und herzlich willkommen zurück zu enshrouded also ich gucke hier so in die werkbank drin und dann sehe ich das hier unten bei überleben stauraum die magische truhe das ding ist ich habe keine miasma sporen das heißt wir müssen jetzt noch mal ein bisschen erkunden gehen bin ich denn jetzt so winzig war schon immer so winzig moment ich glaube nicht naja gut egal wir gehen erkunden war nämlich hat mir doch hier irgendwo so ein schrein gebaut scheint scheint schreien hoch beiden warte hatte jedoch zu hause stufe 1 da da gehe ich jetzt mal hin wir müssten mehr erkunden dann kann ich nämlich hier gleich hier die flamme mitnehmen ok von hier aus gehe ich mal da lang was ist denn hier hatte licht da wo bin ich komme ich hier raus im erstmal wie geht das gar nicht weiter auf der seite auch nicht doch hier ok wo bin ich hier wird doch schon wieder was grummeln ich war mal meine fackel kaputt das war nicht sinn der sache was hat denn unsere unser schwert eigentlich hier was ist das a kampf war für stufe 5 17 schaden ok hier noch sonst was kiste vielleicht ne keine ja vielleicht mal licht noch mal anmachen ist keine kiste hier eine kiste ne ok dann wieder zurück die höhlenpassage es löscht doch da ist doch eine kiste dietrich ja mann ich hier vielleicht irgendwo talher ne holzscheite gut wir marken uns da ist ne kiste mal wieder raus hier ich war doch mal wenn ich die kaputt schlage brauche ich denn für ne war nix nur holz und knochen so ist klar unser schwert macht 17 schaden ok gehen wir mal dem weg nach das ist das hier friedliche acker ok was genau ist das hier warte mal oh guck mal an nur knochen die sind alle verdorrt hier nochmal ist ja alles verdorrt aber bitter ist das schuld das ist schuld und schuld untersuche ich immer könnte ja was gutes dahinter sein oder drunter oder was weiß ich aber sieht hier nicht danach aus schade schade komm ich jetzt darin mich hier rein komm ich nicht das gibt es doch nicht kann reingucken ich bin drin ein skelett in der badewanne nicht dein ernst ist hier drin hört sich nach stein also dann nicht so jetzt aber man was tue ich da oh nehm ich doch nehm ich doch neutes bauernhaus da haben wir mich aber erschreckt nehm ich bin das lauter kleine spinnen da sind die neu also bücher stoff fetzen naja das brauch ich net na komm plündern hier können wir überall spinnen raus ist das eklig ja nur rankommen ist schlecht holzscheite hier noch was ein bisschen wasser und hier nochmal bücher oder ja komm egal so viele bücher ging es hier nach oben da ging es nach oben sehr gut dann was man hat hat man noch mal ein bisschen gahn holz nix besonderes da ist eine kichte weil hier was kann das da weil stufe 3 17 schaden ja was kann das 17 schaden ich bleib bei 17 schaden noch nicht ist noch dietrich ach man ich habe keine metallschrott mit ne immer noch nicht was ist wenn ich die kaputt schlage kommt das dann raus was drin ist oder kann ich die gar nicht kaputt schlagen doch aber es kommt gar nichts raus außer holz gut hat sich erledigt jetzt noch weiter nach oben nee eher nicht so wo waren wir hier ne ich wollte dem weg weiter folgen guck an was haben wir denn hier salz oh ja salz ganz wichtig für die getrockneten fälle sonst noch jemand das wollte ich nicht das geht kaputt ist der andere sonst liegt hier nix ne nee sind wir denn hier so ne soll ich das mal markieren wo ist das 198 meter in die richtung denn wir folgen dem weg gleich sollte ich mal was essen weil ich erst mal was dann wäre ein bisschen wasser ok und ich kann und ich gibt immer ein bisschen ausdauer oder ja so ein bisschen 84 meter 72 meter guck das ist das ist ein obelisk neuer ort markiert warum kriegt dann da oben dieses ding nicht weg nein wollte ich nicht das wollte ich das war das mir erstmal überlebenstrank halbplatten immer gut verteidiger vettel ok was die spielt mit können die drei physischer widerstand und meiner hat den dann lasse ich das mal lesen die quest abgeschlossen die geschichte des feuers ok hier noch sonst noch was zu finden waren wir hier waren wir sind von da gekommen immer da lang ja ich höre euch also schnell drücken e und f geht irgendwie auch nicht sogar läuft gleich aus bin ich jetzt hin unterwegs da ist eine höhle da ist eine höhle jemand zu hause okay aber irgendwie Gibt's hier nix. Das ist irgendwie arschdunkel. Okay, nehme ich. Das war's. Also, was ist mit meinem Doppelsprung? Da ist nix. Die Höhle ist irgendwie leer. Okay. Nee, nicht damit. Ja, das war mir klar. Steine, Steine, Steine. Okay, also diese Höhle hat es nicht gebracht. Nee. Und es wird dunkel. Bin ich jetzt nicht so prickelnd. Habe ich Steine mit? Warte, ich mach mal hier an dem Obelisken hier. Wo ist er hin? Da. Hier stelle ich mir mal vielleicht so ein... Äh... Nein. Flammenaltar. Flammenaltar. Kein Slot im Rucksack. Das ergibt Sinn. Hm. Das kann man hier löschen. Okay. Bauen wir hier ein Flammenaltar. Und... Der kommt hier auf die Sekte. Genau. Okay, dann porten wir uns zurück. Und kommen dann später wieder. Hundertan... Salzmine. Da sollten wir vielleicht auch mal hin. Aber wir gucken trotzdem mal. Zu Hause, Stufe 3. Bitte einmal schnell reisen. Okay. Im Dunkeln ist nicht gut rumlaufen. Oh. Mal gucken. Mal gucken, ob die Bärchen fertig sind. Nur 13 getrocknete Bären habe ich. Hm. Warte mal. Ich mach mal die da hin. Und die da hin. 13 getrocknete, 20 und 13 lila Bären. So. War noch Bären drin? Nee. Aber ich könnte das mal rausnehmen. Das kann ich gar nicht rausnehmen. Weil? Kein Platz. Äh. Äh. Andy Haya. Da schießt der Mond rum. Ausgeruht inaktiv. Warum ist ausgeruht inaktiv. Okay. Warte hier. Schutz, Wärme. Um vor Level 5. Warum geht das nicht hoch? Das ist mir jetzt egal. Warte. So. Shift R. Das gleiche hier. Und. Das gleiche hier. Okay. Korn. Hatten wir noch nicht gebraten. Na. Das machen wir mal. Warte. Warum sind hier die Stöckchen nicht raus? Da. Äste. Salz kommt hier hin. Zack. Die Fälle. Ähm. Nee. Hatte ich Ausrüstung hier? Nicht unbedingt. Aber die packe ich trotzdem da hin. Und ich. Äh. kann ich dich, äh. 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 Vielleicht verbessern. Pfeil. Plus zwei Schnittschaden. Plus Wuchtschaden. Geht er dann auf 18 hoch? Was hat er im Grund? Der hat er glaube ich vier als Grund. 5, 6, 7, 8 und 10. Nee. 12. Ja. Das weiß ich ja. Ist gut. Äh. Ach, Menno. Hier, ne? So. Pfeil raus. Das wird noch gebraten gleich. So. Wir gucken hier drin. Nehmen. Warte mal. Jetzt macht er lila Beeren. Wir gedruckten das Fell brauche ich. Drei Salz. Okay, dann ist das schon mal nicht gut. So. Was kriege ich denn hier mit gebaut? Kleiner Rucksack bei Jägerin. Ähm. Da. Ich brauche vier getrocknete Fälle. Oh. Okay. Ja, denn. Und Miasmasporen. Jede Menge Miasmasporen brauche ich. Das Fell kommt jetzt hier auch mal raus. Okidoki. So, während ich am Grillen bin, sage ich mal, Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Gehabt euch gut. Und tschüss.